Ähnliche Dreiecke Hallo! Heute werden wir den Begriff Ähnliche Dreiecke kennenlernen. Ich schreibe das auf. Ähnliche Dreiecke. Was bedeutet das Wort Ähnlich im Alltag? Wenn zwei Dinge ähnlich sind, sie sind gleichartig. Aber sie sind nicht gleich oder identisch. Stimmt's? Das gilt auch für Dreiecke. Ähnliche Dreiecke sind Dreiecke, die den gleichen Winkel haben. Ich schreibe das auch. Die entsprechenden Winkel sind gleich. Als Beispiel zeichne ich gleich zwei ähnliche Dreiecke. Ich versuche sie gleich zu zeichnen, weil sie gleich aussehen sollen. Sie werden nur verschiedene Größe haben. Hier ist das eine und das zweite zeichne ich hier. Ich zeichne es etwas kleiner, um euch zu zeigen, dass sie nicht unbedingt die gleiche Größe, sondern die gleiche Form haben sollen. Die ähnlichen Dreiecke sind nur Dreiecke, die man verkleinern, vergrößen oder umdrehen kann. Die entsprechenden Winkel sind aber gleich groß, das heißt sie haben die gleiche Form. Zum Beispiel diese zwei Dreiecke. Wenn ich euch sage, dass dieser Winkel, so wird auch im Unterricht erklärt, diesem gleich ist und dass dieser hier diesem gleich ist, was stellt sich also hier raus? Wenn zwei entsprechende Winkel gleich sind, sind die dritten Winkel auch gleich, weil alle drei Winkel zusammen 180 Grad betragen. Zum Beispiel, wenn das x und das y sind, so ist dieser Winkel 180-x-y. Und hier ist das gleiche Ding, das ist x, das ist y und dieser Winkel ist 180-x-y, stimmt's? Wenn wir wissen, dass zwei Winkel in diesen zwei Dreiecken gleich sind, dann sind also die dritten Winkel auch gleich. Wir können sagen, dass dieser Winkel diesem identisch ist. Und wenn alle Winkel gleich sind, dann wissen wir, dass wir mit ähnlichen Dreiecken zu tun haben. Was bringt uns die Tatsache, dass die Dreiecke ähnlich sind? Wir können diese Informationen benutzen, um die Seitenlenke herauszufinden. Auch wenn die Seiten von den Dreiecken nicht gleich sind, ist das Verhältnis der entsprechenden Seiten gleich. Ich weiß, ich habe euch verwirrt. Ich gebe euch ein Beispiel. Sagen wir, dass diese Seite 5 ist. Und diese Seite, ich weiß nicht, ich wähle 6. Sagen wir, dass diese Seite 7 ist. Dann sagen wir, dass diese Seite 2 ist. Wir wissen, dass das Verhältnis der entsprechenden Seiten gleich ist. Diese zwei Dreiecke haben verschiedene Größe. Aber sie haben entsprechende Seiten. Zum Beispiel, diese Seite entspricht dieser Seite. Woher wissen wir das? In diesem Fall haben sie rein zufällig die gleiche Ausrichtung. Aber wir wissen das, weil diese Seiten der gleichen Winkel gegenüberliegen. Diese Seite liegt dem Winkel Y gegenüber und diese auch. Das hier sind entsprechende Seiten. Diese blaue und diese blaue Seite sind also entsprechende Seiten. Warum? Nicht, weil diese Seiten links oben liegen, weil wie sie sonst nach unserem Wunsch umdrehen können. Es ist so, weil sie dem gleichen Winkel gegenüberliegen. Das ist meine Art, die ähnlichen Dreiecke vorzustellen. Das hilft besonders, wenn man mit der Trigonometrie anfängt. Was bedeutet das für uns? Das Verhältnis zwischen den entsprechenden Seiten ist immer gleich. Nehmen wir an, dass wir die Länge dieser Seite in diesem kleinen Dreieck herausfinden wollen. Es gibt verschiedene Wege, das zu tun. Wir können sagen, dass das Verhältnis zwischen diesen Seiten, also x zu 7, dem Verhältnis zwischen diesen Seiten, also 2 zu 5, gleich sein würde. Und nun können wir es lösen. Das gilt nicht für beliebige Dreiecke, sondern nur für ähnliche Dreiecke. Nun können wir x herausfinden. Wir multiplizieren beide Seiten mit 7 und erhalten x ist gleich 14 durch 5. Das ist ein bisschen weniger als 3. 14 durch 5 ist gleich x. Wir können dasselbe tun, um diese gelbe Seite herauszufinden. Wenn ihr wisst, dass 2 Dreiecke ähnlich sind. Wenn ihr alle Seitenlänge eines Dreiecks kennt. Wenn ihr eine Seitenlänge des anderen Dreiecks kennt, könnt ihr also alle Seiten herausfinden. Ich glaube, ich habe euch verwirrt. Sagen wir, dass diese Seite y ist. Wir können den gleichen Weg gehen. Sagen wir, dass y durch 6 gleich 2 durch 5 ist. Wenn die Seite dieses Dreiecks im Nenner links steht, dann soll die andere Seite von demselben Dreieck im Nenner rechts stehen. Wenn die Seite eines Dreiecks im Zähler links steht, dann steht seine zweite Seite im Zähler rechts. Ich möchte nur sicherstellen, dass ihr das versteht. Wenn ihr sie umtauscht, bringt das alles durcheinander. Jetzt können wir die Gleichung lösen. y ist gleich 12 durch 5. y ist gleich 12 durch 5. Lass uns die Informationen über die ähnlichen Dreiecke anwenden, um einige Aufgaben zu lösen. Lass uns einige geometrie Begriffe anwenden, die wir bereits gelernt haben. Ich habe zwei parallele Geraden. Dann habe ich noch zwei Geraden, diese schneiden. Ich habe gesagt, dass diese Geraden parallel sind. Wenn diese Seite gleich 5 ist, sagen wir, dass diese Seite 5 ist. und dass diese Seite, lass mich die Farbe ändern, diese Seite 8 ist. Ich will wissen, wie lang diese Seite ist. Eigentlich nicht. Lass mich noch eine Seitenlänge geben, um sicher zu sein, dass ihr alles über dieses Dreieck wisst. Sagen wir, dass diese Seite 6 ist. Und ich möchte diese lila Seite herausfinden. Wie mache ich das? Ehe wir mit dem Verhältniszeug anfangen, sollen wir uns und generell beweisen, dass das ähnliche Dreiecke sind. Wie können wir das tun? Mal sehen, ob wir feststellen können, welche Winkel gleich sind. Wir haben diesen Winkel hier. Ist der einem anderen von diesen 3 Winkel gleich ist? Ja, natürlich. Er ist mit diesem Winkel gleich, weil sie Gegenwinkel sind. Wir wissen, dass diese gegenüberliegende Seite dessen entsprechende Seite ist. Wir wissen die Länge von dieser Seite nicht, aber wir wissen, dass sie dieser Seite entspricht, die 8 ist. Ich habe vergessen, euch einige Angaben zu geben. Diese Seite hier, ich wähle eine neutrale Farbe, sagen wir, dass diese Seite 4 ist. Zurück zur Aufgabe. Wir wissen, dass diese 2 Winkel gleich sind und dass das gegenüberliegende Seite ist. Können wir herausfinden, welche Winkel noch gleich sind? Nehmen wir an, dass wir diese Winkelgroße wissen. Ich markiere den mit 2 Strichen. Gibt es in diesem Dreieck ein Winkel, der diesem hier gleich ist? Na klar. Wir wissen, dass diese Geraden parallel sind. Deshalb können wir die Eigenschaften der inneren Wechselwinkel nutzen. Ich habe eben bemerkt, dass die Zeit um ist. Ich werde das im nächsten Video fortsetzen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.